so weiter geht's ich habe hier jetzt die flotte etwas neu organisiert aktuell hat sie halt nur eine ragnar und zwei janus und dafür denn noch drei adamant das ist noch nicht ganz top ja hier haben wir dann drei adamant zwei ragnar und hier vorne stehen noch zwei adamant die flotte hier hat seine echt gute arbeit geleistet dort hier ist einfach das erste mal verloren wir werden uns jetzt erst mal um mission 5 die blockade kümmern hoffentlich schaffen wir das mit dieser flotte wir hören kurz hier rein und dann sehen wir uns danach im kampf wir haben eine die flotte ist die flotte ist wir haben eine die 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 Ich glaube, dass die Börder-Patrölle sich wieder zurückkehren muss. Aber bis jemand anderes beantworte, diese Verantwortung muss auf die Kolonial-Fleet kommen. Sie verabschieden den Embargo. Die Kolonial-Fleet ist der Weg in ihren eigenen Weg. Sie sind kategorisch nicht in die politische Legislatur. Es ist die einzige Option, die für jetzt gibt. Gib den Quarum Zeit, um eine andere Lösung zu finden. Im Gegenteil kann der Admiral Kane die Integrität der Kolonial-Fleet für uns alle verabschieden. Blockade spielen. Dann bis gleich. Jetzt gehen wir nach der Ladezeit. Nach der Ladezeit kommt direkt ein Gespräch. Genau aus dem Grund bin ich vor der Ladezeit da. Ja genau, das ist der Grund. Traders. Gut, dann mache ich jetzt mal kurz mich hier schon auf Mute. Da es jeden Moment losgeht. Hab ganz vergessen, wir müssen uns jetzt noch aussuchen, was wir mitnehmen. Das sind MK2 Viper. Ich finde diese Panzerbrechen dann irgendwie ganz nice. MK2. Tatsächlich. Warte. Nö, wir brauchen schon wieder einmal einen Raptor. Dann nehmen wir einmal Raptor mit. Hier haben wir nochmal eine Tech-Raptor. Da ein Raptor. Ja, das passt so. So, kurz umgucken. Missionsvoraussetzung setzt ein Geschwader Raptors. Ich sehe gar nichts. Wir haben einen Kampfstern. Den lassen wir mal mittig. Ich habe keine Ahnung. Okay, ich dachte jetzt kommt Gerede. Deswegen habe ich mich gemutet und weil ich lieben musste. Aber wir hauen schon mal alle unsere Flieger raus. Ich sehe schon an die Missionen. Irgendwie kommt mir die bekannt vor. Ich kann mir gut vorstellen, was hier passiert. Deswegen werden wir jetzt erstmal die Flotte auf verschiedenen Bereichen aufteilen. Und so. Okay, dann mal gucken. Ja, bis nach hinten. Wenn wir bis nach hinten patrouillieren, das dauert ja ewig. Natürlich. So, wofür brauchen wir die Raptors? Ich habe keine Ahnung. Fancy, ja ich liebe das Okay, du hast Kontakt Gut, unsere Aufgabe, die patrouillieren, die Empargo-Grenze Ja, Mann, warte, wenn das die Grenze ist Warte, das hier ist die Grenze Noch sind sie auf ihrer Seite Noch sind die uns gar nicht feindlich, oder? Irgendwas gibt mir ein ganz ungutes Gefühl bei der Sache Also das ist jetzt die Grenze Wenn sie deep passieren, sind wir im Krieg mit denen Und sie kommen näher Oh Oh, Mann Oh, Mann Gehen sie an Bord des Frachters und Ja, dafür müssen wir sie erstmal ausfindig machen Ich weiß ja nicht, welche davon der Frachter ist Aber es ist im Moment, solange die also da bleiben Sind sie uns nicht feindlich gesonnen Wenn sie hier rüberkommen, ist es wie eine Kriegserklärung Sind uns noch nicht feindlich gesonnen Irgendwie Die Der erste Frachter Ich weiß nicht Die Minotau ist doch so ein Kanonenschiff Das wird uns total auseinander nehmen Wenn wir es nicht eigentlich den Fokus haben Falls es uns angreift So, die Raptor Enter den Jetzt weiß ich, wofür wir die Raptor benötigen Tiegen Oh man Oh man Marines Have boarded the freighter It belongs to a cancer and shell corporation Die Cargo Manifests zeigen Essen, Sanitation Kits, Filtration Systems. Wir müssen das durchführen, nicht wahr? Ist Collonial Fleets nun der Arbiter der Basic-Humann-Needs? Meine Menschen schlafen und schlafen in ihren eigenen Filz, während die Africans sich auf den Seiten über wie generiert sie sind. Aber keine Angst, Commander. Wir haben Freunde in High Bleden, auch. Menschen, die mit uns shareniteln mit uns, wenn unsere eigene Regierung wohnen. Sie sollten sie sehen, dass sie blinde Augen sehen. Und niemand wird das tun. Er hat sich das Ganze umgesetzt. Either die SDU brechte die Embargo direkt unter unseren Nosen, oder wir haben eine andere Konfrontation in den Sagittarinen Raum. Oh, was jemand aus Casamina bettet das Ganze? Ich glaube nicht, dass die aktuelle Behandlung, die wir uns sehen wollen, sind diese Kriegsjäger. Okay, heißt das... Wir sind jetzt hier am Kämpfen. Ne, sind wir noch nicht. Bäm, nicht in den Stein rein. Boah, sind die Janos Schiffe langsam. Ich bin mir nicht sicher, was ich davon halten soll. Es ist gerade irgendwie ein bisschen unangenehm, die Situation. Das Schiff... Oh mein Gott. Ein Kampfstern. Ein Kampfstern. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Wir sind jetzt hier im Krieg. Waren wir dafür, dass das schnell weg ist. So, ähm... Du nach da, nach da. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir das Zivilschiff in Ruhe lassen. Ähm... Eine Ladung nach da, und eine nach da. Und... Äh... Was habt ihr geladen? Oh, hoppla. Nein, nein, nein. Versucht abzuhauen. Ihr habt... Das ist so ein Lenkraketen. Okay, versuchen wir mal das so zu machen. Ich hoffe, dass das so läuft und gut geht. Ach, ich hab mich selber... Ich wette, dieses Schiff darf ich natürlich nicht behalten. Bei meinem Glück. Wobei ich sagen muss, ich hätte es gerne. Wohin willst du? So, wir haben hier Attack-Wrap da. Wir haben hier MK2 Viper. Noch mehr MK2 Viper. Wir haben... Raptor. Die sich nach da bewegen. Und wir haben nochmal eine Gruppe Attack-Wrap da. Die nach... Da gehen. Wir haben zweimal Viper. Eine geht nach da. Ne, beide gehen nach da. Das müsste so passen. Der Battlestar hier versucht zu entkommen. Wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe, müsste alles so sein, wie ich will. Ich würde den Battlestar gern behalten. Es war keine Jupiter-Klasse, aber... Oh. Torpedo und Lenkraketen. So. So. Nach oben. Nach oben. Ähm. Okay. Da. Runter. So. So. Ich kann das zivile Schiff nicht zerstören. Das kann ich nicht über mein Herz bringen. Ne. Das da oben, bitte. Ne Minotau. Russ. Du hast ne Doppelsalve ready. Dann hau sie da rüber. Äh. Ist hier sonst noch was zu machen? Kurz durchgehen. Ja, hier. Die Janos. Gut. Das müsste so passen. Gigantisches Space Battle. Kamerafahrt ist viel zu schnell für sowas. Sowas müsste ne langsame, epische Kamerafahrt haben. Wir müssen hier auf die, äh... Bereiche aufpassen, wo die Minen sind. Da kommen wir aber rüber. Hier kommen wir dann locker damit vorbei. Das ist auch gleich kaputt. Das müsste... Was passiert, wenn ich das da hinschieße? So, Attack Raptor. Das wäre nur Waste. Außer Reichweite. Ja, gut. Dann schießt das da oben hin. Attack Raptor. Ihr seid noch nicht ready. Okay. Oh Gott. So, ne Ladung nach da mit. Damit. Mit ne Ladung Lenkraketen. Äh, ja. Da kommen zwei Ladungen Lenkraketen rein. Ihr versucht da zu helfen. Ja, unser Kampfstern wird wahrscheinlich den da gleich fertig machen. Ihr könnt ja auf so ne Kampflinie da mitgehen. Äh, hier ist alles erledigt. Ja. Ihr habt keinen anderen Winkel sonst. Ihr werdet wahrscheinlich kaum dahin schießen können. So, das müsste jetzt so gehen, oder? Wir dürfen ja das Schiff hier nicht verlieren. Aber, deren Wipers sollten sich denn hier um die Manticore kümmern. Ähm, du solltest hier etwas höher fliegen. Das als Primärziel setzen. Du auch. Ich wünschte, wir könnten Minijumps machen. Sozusagen so kleine FTL Jumps. Einfach nur, damit wir schnell von A nach B kommen. Das Zivilschiff muss ich in Ruhe lassen. Ich glaube kaum, dass das, äh, kriegsbedingt ist. Oh mein Gott. Das ist absolut nicht gut für die Minerva. Minerva. Ja, doch. Das sind alles irgendwelche mythologischen Namen. Ist das mythologisch richtig? Okay. Wir wurden hier schwer getroffen. Ich weiß gerade gar nicht, was PMG sind. Ja. Boah. Zug beenden. Müsste jetzt ja wunderbar passen. Ja, die Manticore wird wohl kaum den Kampfstern niederschießen. Auch wenn sie sich das gerne so als Heldentat wünschen würden. Das klappt nicht. Ja. 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 In einer Stunde habe ich den Report. Das ist eine schöne Brücke, aber die ist mir nicht geläufig. Welcher Kampfsternis ist das? Das ist auf jeden Fall keine Jupiter-Klasse, aber auch keine Pegasus-Klasse. Vielleicht die Minerva oder die Artemis-Klasse. So, die folgenden Baupläne wurden freigeschaltet. Minerva. Haben nicht ganz genug Punkte. Die ist leichter gepanzert, aber besser bewaffnet. Gut, das heißt, wir reparieren die Flotte. Ich mache das hier, ich mache Helios Delta Offscreen. Ich war ganz zufrieden damit. Wobei, doch, beschweren kann ich mich nicht. Das hier mache ich Offscreen. Dann versuche ich diese Flotte wieder hier rüber zu bekommen. Könnte was Besseres mit... Oder wir warten hier noch auf eine... Gucken. Ja gut, die hier... Kümmern sich denn hier drum. So viel steht schon mal fest. Was ist noch im Bau? Ein bisschen was. Also, im Augenblick müssen wir noch warten, bis wir die da wieder rüber ziehen. Aber so lange ist ja hier alles sicher. Hier ein Helios Gamma. Das ist ja hier. Und dann müssen wir Helios Alpha wieder erobern. Und dann wollen wir hier auch noch eine Flotte hinkriegen. Gut, die erste Flotte ist für Helios Delta. Dann schneide ich hier mal. Mach mal hier oben das. Hol uns den Bauplan für die Minerva-Klasse. Und dann versuchen wir mal eine schnell zu bauen. Dann bis gleich. Dann bis gleich. Dann bis gleich. Dann bis gleich.